Hallo liebe Freunde und Abonnenten, herzlich willkommen zu einem neuen, kleinen Video heute. Kleines Video deswegen, weil ich mache heute meinen Checkflug mit der Sokata TP10 Tobago. Checkflug deswegen, weil ich sie schon länger nicht mehr geflogen bin und sie auch künftig chartern möchte. Diese TP10 hier ist nicht die gleiche TP10 wie aus meinem letzten Video mit einer TP10, weil die Haltergemeinschaft, bei der ich das Flugzeug chartere, sich eine neue gekauft hat. Neu in Anführungszeichen. Die alte TP10 kamen schon in die Jahre, es hätte eine teure Reparatur angestanden und der Lack war auch nicht mehr der beste. Deswegen hat man sich entschieden, sie zu verkaufen und eine andere zu kaufen. Diese hier ist jetzt drei Jahre jünger, auch schon in die Jahre gekommen, aber sie hat schon eine neue Lackierung und steht auch sonst sehr gut da. Wie man sieht, ist sie in England gekauft worden. Golf, Bravo Kilo, Bravo Victor ist das Rufzeichen und das wird auch erstmal beibehalten, solange England noch in der EU ist. Mal sehen, wie sich dann das Ganze entwickelt. Noch geht das ja, dass man hier das so zulassen und fliegen kann. Diesen Checkflug mache ich zusammen mit einem Fluglehrer, deswegen werde ich euch während des Fluges nichts erzählen können bzw. euch Hinweise geben können. Trotzdem, der Ton wird mit aufgezeichnet und ihr könnt zuhören, was wir so miteinander sprechen oder der Fluglehrer mir für Hinweise und Tipps gibt zum Fliegen dieses Flugzeugs. Das Ziel unseres Checkfluges wird der Flughafen Zwei Brücken sein. Ist mittlerweile nur ein Verkehrslandeplatz mit PPR-Regelung. PPR habe ich gemacht, wir haben also dort eine Landeberechtigung. Interessant an Zwei Brücken ist, er entstand in den 50er Jahren vom französischen Militär gebaut, dann vom kanadischen Militär genutzt, in den 80er Jahren vom amerikanischen Militär übernommen und dann, als die Amerikaner in den 90er Jahren abzogen, wurde aus dem Flugplatz ein ziviler Flughafen. Dort fanden auch noch einige Linienflüge statt, aber in den letzten Jahren nicht mehr. Jetzt wird der Flughafen Zwei Brücken für Frachtflüge, Privatfliegerei genutzt, aber auch zum Erproben von Automobilen. Ja, ist ganz interessant, wenn man nach Zwei Brücken fliegt, sieht man sehr viele sogenannte Erlkönige, also Prototypen von Autos, die dort getestet werden. Ich vermute mal, das liegt daran, weil um die Ecke vom Flughafen ist die Firma ZF Getriebe und man weiß, dass ZF Getriebe für verschiedene Hersteller, zum Beispiel BMW, die Automatikgetriebe baut. Und ich glaube, die testen die dann dort. Ich bin mal gespannt, was ich da zu sehen bekomme. Wahrscheinlich darf man die gar nicht fotografieren, aber mal schauen. Deswegen wünsche euch auch bei diesem Flug viel Spaß. Sehen wir uns gleich im Cockpit. Ich würde gerne mal probieren, wie ich von zwischendrin einen Regpunkt editieren müsste. Ja, okay, mach los. So, Beacon an. Vergaserfahrwärmung ist kalt. Verstellpropp ganz nach vorne. Kraftstoffpumpe ein. Bei kaltem Motor. Gemischhebel voll reich. Einspritzung viermal mit dem Gashebel. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Gas zwei Zentimeter. Bremse stehen. Gearprop. Und dann starten. Okay. Der Ölbrecher ist im grünen Bereich. Kraftstoff kommt wieder auf. So, Generator ein. Der Ölbrecher ist im grünen Bereich. Der Ölbrecher ist im grünen Bereich. Und dann starten wir den Ölbrecher. Und dann starten wir den Ölbrecher. Wie schaut mit dem Ölbrecher an? Der Ölbrecher ist in dem Ölbrecher. Und dann starten wir den Ölbrecher. Und dann starten wir den Ölrecher. Und dann starten wir den Ölbrecher. Das ist in dem Ölbrecher. Ja, der Ölbrecher ist im grünen Bereich. Okay, das geht jetzt nicht gut. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ja. Jo. Ja. Gut, danke. Das ist auch gelesen, weil das so ein bisschen gut drin ist. Und das standet, dass der Autopos und das Tastik so in der Kauter besser ist. Ja. Und das Ding, genau, Tastik, das im Ganzen, und das ist auch nicht so, die Leute, die sich blocken wollen, um das zu tun. So, wenn wir ein Korn, über den, 10-9-Junen, so, und, so, 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 SI So, 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 Vielen Dank. Die Klappe ist aufgewachsen. Die Klappe ist aufgewachsen. Okay, mach ich wieder aufgewachsen. Gut. Okay. Klappe ist aufgewachsen. Klappe ist aufgewachsen. Klappe kommt noch rein. Misch von raus. Magnet muss beider. Warten wir können nicht schicken. Jetzt muss ich mal. Nein, 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 nein. Dann kann man kurz nach unten und dann um die Klappe. Und nach unten. Jetzt geht's ja. Ja, vielleicht geht's ja. Das ist doch. Jetzt geht's ja. Jetzt ist der eine andere andere andere. Ich glaube, der andere andere andere. Das ist ja nicht nur recht. Echt auch. Ich glaube, das ist ja nicht nur recht. Das ist doch. Ah, das ist okay. Erstmal einstellen, oder? Ah, sehr schön. Gut. Transporter haben wir beide zugezogen. Ah, du bist die Kindersprache. Gut. Gut, dann... ...dann gehen wir weiter aus und dann gehen wir weg bis zum 2.5. Okay. Wir rotieren bei 40 km und steigen mit 70 km. Okay, gut. Kommt keiner? Nein? Die Golfkarte weg, das ist für 3. Hier und da unten. Pass auf, der Karte ist weg. Und wir durchgehen. So. So. Ein Film zu hier kommt. Sehr gut. Das stimmt. Okay, dann... ... geht's los. Okay. Ja. 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 Vielen Dank. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020